Hallo zusammen, mein Name ist Sandra Keller, ich bin 20 Jahre alt und meine grösste Leidenschaft ist Motocross fahren. Mein Ziel für nächstes Jahr ist es, die komplette Frauenweltmeisterschaft mitzufahren. Das ist aber nicht ganz günstig und für das bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Dein Geld hilft mir, die ganzen Kosten, die eine WM mit sich bringt, zu zahlen. Wie zum Beispiel die weiten Reisekosten, das Benzin, den Trainer, den Mechaniker und den Lohn und noch vieles mehr. Wenn du willst, dass ich meinen Traum verwirklichen kann, dann unterstütze mich jetzt bei I Believe In You und werde ein Teil meines Erfolgs. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.